Und damit sollten wir jetzt in eine gemeinsame Diskussion kommen, denn nur klatschen ist ja auch nicht genug. Bitte schön. Das Mikro kommt, sonst kann es auch meins sein. Es kommt schon eins. Fiedler, CDU, DA-Fraktion. Ich war damals in der Volkskammer in dem Sonderausschuss, der sich mit der Untersuchung der Verstrickung Psychiatrie und Stasi, sogenannter Waldheim-Ausschuss, befasste. Und trotz unserer geringen Zeit, die wir damals hatten, um dort wirksam zu werden, mussten wir doch feststellen, dass es da einige Verstrickungen gab. Leider fiel unser Abschlussbericht an dem Tag auf die Tagesordnung, an dem auch die Enttarnung der MFS-Mitarbeiter geschah und wir damit so gut wie gar nicht unsere Probleme vorbringen konnten und die mehr oder weniger unter den Tisch gefallen sind. Ich hatte dann das Glück, noch einmal mit Frau Dr. Bergmann-Pohl von Bonn aus nach Waldheim zu fahren, um dort nochmal nach, in Anführungsstrichel, dem Rechten zu gucken. Aber da war natürlich dann schon Großreinemachen gewesen. Was ich sagen muss, ich bin der Meinung, dass wir haben damals mindestens drei Personen als Patienten feststellen konnten, die durch die Stasi bei besonderen Anlässen Feierlichkeiten in die Psychiatrie eingewiesen worden sind, um sie mundtot zu machen. Und diese ganze Geschichte ist aus meiner Sicht letztendlich doch nicht richtig aufgearbeitet worden. Hinzu als Nebeneffekt kam, dass wir da auch feststellen mussten, dass durch Ärzte höchst zweifelhafte medizinethische Operationen durchgeführt worden sind, die dann leider auch gerichtlich nicht richtig aufgearbeitet worden sind. Dass es leider auch heute noch schwierig ist, Aufarbeitungen zu machen, muss ich an meinem eigenen Beispiel erzählen. 2014 war im Landkreis Stendal ein Wahlskandal auf kommunaler Ebene durch meine Partei. Ich habe vehement versucht, dort Aufklärung zu schaffen. Die Folge ist, dass ich über eine fragliche Hintertür aus der CDU ausgeschlossen wurde. Ich weiß nicht, Frau Präsidentin, ob Sie sich erinnern, dass wir ein Gespräch zu meiner Überprüfung im Bundestag hatten. Das Resultat war ja damals drei Momente. Erstens, dem schlechten Regime habe ich gedient. Zweitens, ich war um Schadensbegrenzung bemüht. Und drittens, auch zu mir gab es MFS-Akten. Was wir damals leider nicht gemacht haben, dazu habe ich nun vor zwei Jahren geklagt und erlebe, wie schwer es ist, was Herr Hilsberg gerade so emotional gesagt hat. Ich will meine Akte, ich will sie auch. Ich will aber meine Akte, die eine vom MFS, kriegten sie erst und gaben mir dann diese Akten, um mit mir zu reden. Die andere Akte vom MFS habe ich mir inzwischen auch geholt, was es bei MFS gibt. Dann habe ich geklagt am Deutschen Bundesverwaltungsgericht und es ist festgestellt worden, berechtigt geklagt. Und ich bekomme nun auch Auskünfte, aber keine Akteneinsicht. Die vom BND. Und wenn wir damals bei meiner Überprüfung vielleicht auch beim BND gleich nachgefragt hätten, für den Abgeordneten wäre das vielleicht doch ein richtiger Schritt gewesen. Denn diese Aufarbeitung, das sage ich mit aller Entschiedenheit, auch, ich weiß nicht, ob man noch Werner oder ob man Herr Schulz sagt, wie auch immer, Problem besteht doch darin, das merken wir doch hier, Zeitzeugen waren sich nicht immer Freunde und sind sich heute auch nicht immer Freunde. Was wir brauchen wäre aber, die Bereitschaft so aufeinander zuzugehen, dass Achtung und Ehrlichkeit bleibt. Was ich jetzt erlebe ist, seit 1956 habe ich Akten beim Bundesnachrichtendienst. Das geht bis zum Dezember 2018. Ich habe die ersten nicht Einsichten in die Akte, sondern bekomme Auskünfte, was es gibt. Sie können sich ja vorstellen, was mich beschäftigt, wenn ich jetzt vom BND mitgeteilt bekomme, dass 1988 in Prag Gorbatschow und Jaruzelski sich darüber unterhalten, ob Modrow der geeignete Nachfolger für Honecker ist. Das teilt jetzt der BND mir mit, es gab dieses Gespräch. Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre nicht unbedingt der große Freund von Honecker war, wenn in den Medien der Bundesrepublik von den Hoffnungsträgern die Rede war. Der Dienst hat auch seine Aufgaben gehabt, sich in Politik einzumischen. Ich könnte von 1956 sagen. Da bin ich ein Jugendfunktionär und der FDJ-Sekretär für Ost- und West-Berlin. Kandidierer 1958 fürs Abgeordnetenhaus in West-Berlin. Bin natürlich ein interessanter Jugendfunktionär, der als Ost-Berliner, das ist ja ein besonderes Gebiet, in West-Berlin sozusagen sich bewerben kann. Trotzdem ein Ost-Berlin, ein Abgeordneter ist. Ich will jetzt keinen Vortrag, um was es mir geht. Da wäre ich auch sehr dankbar, Frau Präsidentin, und auch natürlich den Historikern. Ich will nicht der Feind des Historikers sein. Wenn wir Aufarbeitung nur weiter betreiben wollen, die eine Seite muss aufgearbeitet werden, und die andere entscheidet, ob ich die Akte sehen darf oder nicht, entscheidet der BND nach dem Grundsatz, wenn ich die Akte einsehe, kann ich wissen, wer der Spion an meiner Seite war. Wenn ich die Akte einsehe, kann ich die Methoden der Arbeit des BND erkennen. Das darf ich nicht. Und da ist die Grenze. Helmut Schmidt, der Vorsitzende mal Ihrer Partei, Herr Heldsberg. Wenn Sie sich mit der SPD so verhalten, wenn Sie sich mit der SPD so verhalten, teilen Sie es Ihrer SPD mit. Er warnt die, mein Vorsitzender, ist Ihr gutes Recht. Schmidt hat zu mir gesagt, sorg du dafür, dass die Akten verschwinden. Daraufhin habe ich gesagt, Herr Schmidt, wenn Sie das sagen, ist das eine richtige Ansage. Wenn ich das sage, heißt es gleich, der Motor will einen Deckel drauf. Schmidt hat sich nicht geäußert, und die Sozialdemokraten waren dann auch sehr gemischt. Ich will da keine weiteren Dinge erzählen. Ich kann da auch über Gespräche nach 90, wohin ich will, ist, entweder sind wir bereit, jetzt uns eines bewusst zu sein. Wenn jemand im Deutschen Bundestag sagen kann, zwölf Jahre der Geschichte, die schlimmsten Jahre deutscher Geschichte, sind sozusagen ein Vogelschiss in einer tausendjährigen Geschichte. Da gehen wir jetzt, wenn wir uns nicht bereit zeigen, die Aufarbeitung mit einer Qualität zu betreiben, die nicht Raum mehr gibt, zu falschen Seiten, werden wir, auch die wir mal in der Volkskammer waren, der ich seit 1957 angehört habe, dem Deutschen Bundestag, Europa, Parlament auch, also von dieser Seite, glaube ich, ist die Frage Aufarbeitung genauer, auch zu prüfen, was wird für Geschichte mit Offenheit, mit Ehrlichkeit geschehen, dass nicht falsche Rechtsräume größer werden. Wir nehmen noch eine Wortmeldung dazu, und dann möchte das Podium auch gerne was sagen. Dann sind es zwei, das habe ich jetzt nicht gesehen. Herr Dr. Saabro, ich bin der Krause, den Sie freundlicherweise erwähnt haben. Nicht erwähnt haben Sie, dass ich damals zwei Funktionen hatte. Ich war parlamentarischer Staatssekretär der DDR-Regierung und musste die Vorgaben auch eines Dr. Diestl umsetzen. Und ich war gleichzeitig Fraktionsvorsitzender der größten Fraktion und musste auch die Vorgaben umsetzen. Sie haben nur zitiert von mir, was ich gesagt habe in der Verantwortung als Staatssekretär. Nun will ich Ihnen helfen, die historische Wahrheit rauszukriegen. In der Nacht vom 30. zum 31. August fand eine Nachtsitzung statt in Bonn. Wenn Sie sich erinnern, wurde ja der Einigungsvertrag dann am 31. August in Ostberlin unterschrieben. In dieser Nachtsitzung kam es natürlich zu der erwarteten Konfrontation zwischen Wolfgang Schäuble und mir, weil nämlich das Bundesinnenministerium vorgeschlagen hatte, die Stasi-Akten zu vernichten und das Innenministerium der DDR nur zugestimmt hatte. Dies da, wir kennen ja alle Peter und Michael und eigentlich habe ich da nichts dagegen. Machen wir das. So, die Meinung der Volkskammer war eine ganz andere. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der Darstellung, in der Geschichtsdarstellung Folgendes berichtigen. Die Volkskammer hat dann den Abgeordneten Gauck gewählt. Es wurde in die Verhandlungsdelegation kein Mitarbeiter des DDR-Ministeriums mehr eingestellt, damit der Dr. Gauck mit mir gemeinsam gegenüber der Bonner Delegation ganz klar sagen konnte, entweder unterschreiben wir den Einigungsvertrag und dann müssen die Stasi-Akten offen bleiben oder die deutsche Einheit findet nicht statt. Das ist von uns gekommen. Das ist einfach eine Frechheit, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, der Krause, der war dagegen. Zum zweiten Rieter. Der 218 wurde auch im Einigungsvertrag geregelt. Es ist nämlich in der DDR alles beim Alten geblieben. Unser Recht bis zum 31.12.1992. Und dann ist letztendlich nicht nur der grüne Abbiegefeil umgesetzt worden, sondern in der Legislaturperiode wurde im Grunde genommen das Abbruchrecht der DDR übernommen mit einem höheren Beratungsanteil. Also es ist wesentlich mehr von der DDR als der grüne Rechtsabbiegefeil übergeben worden. Zur Verfassung. Kollegen, wir waren doch in der Volkskammer. Wir haben einen Artikel in den Einigungsvertrag aufgenommen, dass wir eine Verfassungskommission einrichten. Ich weiß nicht, ob es der Artikel 4 oder 5 war. Und die Verfassungskommission wurde nach den Stimmanteilen natürlich im Bundestag, dann im gewährten Bundestag und den Länderparlamenten eingesetzt. Dabei kam beispielsweise raus, dass wir das Grundrecht auf Umweltschutz einführen. Das wurde dann 1994, 95 in der Bundesrepublik eingeführt. Zum damaligen Zeitpunkt war aber die Diskussion, wir wollen eine gemeinsame europäische Verfassung machen. Und deshalb hat weder die Leute, der Krause, der den Einigungsvertrag gemacht hat, der hat nicht entschieden, wir wollen die Verfassung nicht. Sondern die Verfassungskommission hat damals entschieden, wenn wir in den nächsten Jahren und in den 90er Jahren war die Diskussion um die gemeinsame europäische Verfassung in der EU, dann brauchen wir eigentlich für die paar Jahre keine neue Verfassung mehr. Dass man heute natürlich diese Diskussion aus meiner Sicht durchaus auch auf der Basis des Artikel 5, ist es glaube ich, des Einigungsvertrages wieder führen müsste, ist ganz klar. Ich will noch einen Punkt sagen. Eigentlich ist der Einigungsvertrag, der Kollege Motrath vom Fliegenschiff gesprochen, ja gar nicht der entscheidende Vertrag gewesen. Der ist ja nur hochgespielt worden, weil der damalige Innenminister den unterschrieben hat. Der wichtigste Vertrag war die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Das ist der eigentlich wichtige Vertrag. Und in dem Vertrag steht drin, politisches Ziel ist, die Angleichung der Lebensverhältnisse in fünf Jahren. Gleiche Löhne, gleiche Renten. Warum die Historiker sich nicht mal den Vertrag angucken und dann die Politik fragen, dass wir als Ostdeutschen heute noch betteln müssen, dass man die Löhne und die Renten angleicht. Vielen Dank. Sie haben noch eine Frage. Jawohl, Frank Dede für die CDU in Schwarzenberg. War ich in der Volkskammer. Ich möchte auf Herrn Scholz mal kurz antworten. Sie hatten gesagt, dass in der Volkskammer niemand gewählt worden oder gegangen wäre, der nicht gleich für die deutsche Einheit war. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich bin im Januar, im Januar 1990, haben wir bei uns die CDU-Kreisvorsitzenden abgewählt. Ich habe mich selber als Vorsitzender dann gestellt. kann Ihnen dazu sagen, dass ich das Wahlplätschen, was ich selber mit jedem Wort selber entwickelt habe, da habe ich schon von der deutschen Einheit gesprochen. Da hat mein Kreisgeschäftsführer gesagt, das willst du schreiben, Wolfgang. Da habe ich zu ihm gesagt, das müssen wir schreiben. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, dass er Offizier im besonderen Einsatz war. Das muss ich immer so sagen. Und dasselbe ist mir dann in der Fraktion der CDU basiert. Ich war Mitglied im Verfassungs- und Verwaltungsreformausschuss und habe mich gestört, dass wir laufend an Gesetzen der Deutschen Demokratie wieder arbeiten mussten. Und da bin ich dann in der Fraktion aufgestanden und dass mich das stört, dass wir eine neue Verfassung machen wollen, wo das Grundgesetz der Bundesrepublik mich so beeindruckt hat, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass 1948 diese Kollegen und Parlamentarier ein Gesetz entwickelt haben aus so einer schlimmen Zeit heraus. Da habe ich gesagt, das müssen wir übernehmen. Das können wir wortwörtlich übernehmen. Und da bin ich in der Fraktion aufgestanden und habe verlangt, dass da die Arbeit daran eingestellt wird. Und ich muss dazu sagen, Herr de Maizière, ach, das Moment ist da, und aber auch Günter Krause, wir haben zusammen auf einem Zimmer geschlafen. Und ich habe ihm das gesagt, dass mich das stört. Und dass wir, das, das, ja, 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 das war ja so, die Zimmer waren ja wirklich so, dass unten so viel Platz war, da konnte man alles mithören, was der andere gehört hat. Und auch das Licht hat man gesehen, wie lange da dort Licht hatte und lauter solche Sachen. Da haben wir so richtig mal gesehen, wie die Stasi auch gearbeitet hat. Aber ich will darauf hinaus, ich habe das dann verlangt und Herr de Maizière und aber auch Günter Krause hat dann gesagt, wir stellen jetzt die Arbeit an dieser Verfassung ein, wir wollen in Richtung deutsche Einheit gehen. Und das war auch der Großteil der CDU-Fraktion und der DSU, die war ja mit uns eingebunden, gerade auch der DSU, waren von Anfang an in Richtung deutsche Einheit unterwegs gewesen. Und da muss ich sagen, ich kenne hier viele Kollegen, die bei mir dabei sind und die waren auch von Anfang an dabei. Und nicht etwa, dass wir da zum Erhalt der Republik dann irgendwie beigetragen hätten. Gut, jetzt haben wir gesehen, wie die Zeitzeugenschaft, die Historiografie schlägt, geradezu frech auftritt und sich auf Schäuble berufen hat in diesem einen Fall. Also ein Prüfauftrag, Herr Krause, ich nehme den an, aber jetzt hat erstmal Herr Hilsberg das Wort. Ja, ich fürchte das auch. Ja, ja, gut. Ja, welche, welche? Westen, Westen. Es gibt, es ist eigentlich kein Wunder, dass man auch hier wieder so heftig über die Fragen der Staatssicherheit diskutiert. Also zu Fragen der Deutschen Einheit und Verfassung will ich jetzt mal in die Stellung nehmen, da sind dann andere Podien an dieser Stelle, habe ich auch mehr nochmal. Ich glaube, man kann es den Vorwurf nicht machen, dass wir die Frage der politischen Verantwortlichkeit für die Staatssicherheit und für den SED-Staat nicht diskutiert hätten. Das hat die Volkskammer auf keinen Fall nicht diskutiert. Dass die Staatssicherheit so in den Vordergrund der Debatte kam, hängt mit ihrem Charakter und ihrem Wesen zusammen. Das ist ja gar keine Frage, weil die Auseinandersetzung um die Aufdeckung dessen, was an konspirativen Strukturen würde, ja viel heftiger, viel leidenschaftlicher und viel dämonischer geführt wurde, auch polemischer, als bei der Frage, wer für was verantwortlich war. Also die politischen Verantwortlichkeiten für die Staatssicherheit waren ja klar. Und das wusste ja auch jeder. Und da will ich jetzt auf Sie zu sprechen kommen, Herr Modo. Ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe, denn das ist eine schwierige Frage. Wir sind hier bei Aufarbeitung und ich will nicht die Aufarbeitung, Habermas hat das mal gesagt, man könne mit Aufarbeitung auch Menschen totschlagen. Das ist nicht mein Punkt. Das will ich gar nicht machen. Ich will jetzt mal versuchen, an Ihrem Beispiel deutlich zu machen, worum es mir da geht. Sie waren als erster Sekretär der Bezirksleitung der SED in Dresden unmittelbar zuständig für den Bereich der Staatssicherheit, der Ihnen zugeordnet war. Und nun will doch keiner sagen, dass im alten DDR-Bezirk Dresden die Staatssicherheit leichter oder viel menschlicher gearbeitet hat als in den übrigen Bereichen. Also ich meine, und die Verantwortung, die Sie dafür politisch zu tragen haben, die kann Ihnen keiner absprechen. Es ist Ihre Frage, Ihre ganz persönliche Frage, ob Sie bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen oder nicht. Und das kann Ihnen auch kein Helmut Schmidt abnehmen. Abgesehen davon, dass Sie meinen Bon Mo, der ist nie mein Vorsitzender gewesen, irgendwie falsch verstanden haben. Helmut Schmidt war ein hochverdienter Kanzler der SPD, der viel verdient ist. Und ich habe den immer sehr gemocht, aber Parteivorsitzender der SPD war er nie. Deshalb habe ich gesagt, mein Vorsitzender war er nicht. Also unabhängig davon, dass sozusagen, ich war ja selber mal Vorsitzender der SPD, zumindest der Ost-SPD, und dann gibt es einen zweiten Punkt in dem Zusammenhang. Man kann lange über BND reden. Und ich finde, das ist ein fruchtbares Thema und in den FD-Akten aufgedeckt werden müssen, man da auch da reinschauen muss und ob diese Fristen alle stimmen und wie effektiv der BND eigentlich arbeitet, der sich an manchen Stellen als der Steigbügelhalter der amerikanischen imperialen Interessen hier in Deutschland aufgespielt hat. Das darf man ja auch alles nicht vergessen. Darüber würde ich gerne diskutieren. Aber es gibt einen anderen Punkt, der ist noch viel wichtiger. Man darf die Frage des BND nicht als Entschuldigung dafür verwenden, dass die Auseinandersetzung über die Staatssicherheitstätigkeiten, das Unrecht in der DDR, schmerzhaft ist und dass man sich dem stellen muss. Und da kommt man nicht drumherum. Und man muss sich zuerst, und das ist ein Gebot der Aufarbeitung, man muss zuerst bereit sein, sich selbst zu fragen, was hast du eigentlich selbst gemacht? Inwiefern hast du dich mitverstricken lassen? Natürlich waren da Repressionen und Pressionen und weiß ich was, und es waren auch Verlockungen und Privilegien, die da alle eine Rolle spielen, aber man hat sich da hineinbringen lassen. Und es gibt, das ist ja das Problem, in einer Diktatur fast keinen Menschen, der von den Einflüssen dieser SED frei war. Das gilt für den Nationalsozialismus ganz genauso wie für die SED-Diktatur. Dem muss man sich stellen. Man muss bereit sein, über die eigene Schuld zu reden. Zumindest sich selbst, wenn man in den Spiegel guckt, sich selbst einzugestehen, wo man sozusagen sich hat missbrauchen lassen. Und da steckt immer ein Stück weit eigene Aktivität drin. Und das ist das eigentliche Wesen der Aufarbeitung, was die eigene Geschichte betrifft. Unsere Geschichte, das ist das Leben, was wir gelebt haben. Und ich komme da nicht raus. Und ich muss das auch gar nicht wollen. Man kann auch stolz darauf sein. Aber man muss bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen. Man tut das im Übrigen sein ganzes Leben lang. Und die Frage ist, verdrängt man, verweigert man sein eigenes schlechtes Gewissen und weist die Schuld anderen zu oder ist man bereit, einzugestehen, da hast du versagt. Da gehört sehr viel zu. Und diese Bereitschaft, sich einzugestehen, da hast du versagt, ist viel wichtiger als das ganze Gerede von Versöhnung und Vergebung. Das ist der eigentliche Punkt, der produktive Punkt von Aufarbeitung. Und dass wir das ermöglicht haben als Volkskammer, indem wir eben die Stasi-Akten geöffnet haben für jeden, der Opfer war und da reingeguckt hat, dass er mal sieht oder die Gelegenheit hat, weitere Aspekte seiner eigenen Geschichte zu sehen, transparent zu machen, was eigentlich da mit ihm passiert ist und sich damit auch auseinanderzusetzen, wie Schuldfragen in ihrem Umfeld sozusagen stattgefunden haben, dass das ermöglicht wurde, das ist ein Gebot der Aufklärung. Die Volkskammer steht an dieser Stelle in der kompletten europäischen Tradition der Aufklärung. Wird ja heute in vielerlei Munde genannt, viele, die von Aufklärung und christlichen Abendland sprechen, wissen überhaupt nicht, worum es da geht. Aber die Frage, dass man kritisch an sich herankommen lässt, womit bist du verbunden und dass man den Einzelnen zutraut, dass er diese Auseinandersetzung um sich selber führt, dass er in der Lage ist, kritisch aufzuarbeiten und zu Erkenntnissen zu kommen, das ist das Unverzichtbare und das ist das Wesen unserer modernen, offenen, freien Gesellschaft. Die Volkskammer steht an dieser Stelle absolut auf der Höhe der Zeit. Also bei allem, was man zum Laien spielt, schar sagen kann und was man zu rhetorischen und anderen Fähigkeiten sagen kann, was das betrifft, steht die Volkskammer absolut auf der Höhe der Zeit. Und das sage ich dann noch zum Schluss, zu Herrn Krause kann man auch viel sagen, auch die Vermischung von Legislative und Exekutive, einerseits Fraktionsvorsitzende, andererseits Staatssekretär in der Regierung, das ist ja eigentlich unmöglich, muss man wirklich mal sagen unmöglich, aber auf der DDR-Volkskammer war das so, das ist kein Ruhmesblatt. Aber Herr Krause hatte sowohl von der Koalition wie auch von der Volkskammer den ganz klaren Auftrag, dieses Stasi-Unterlagengesetz in den Einigungsvertrag hinein zu verhandeln. Insofern hat die Volkskammer an dieser Stelle hinter ihm gestanden. Die Besetzung der Stasi-Zentrale an der Normannenstraße kam als öffentliche Maßnahme und sozusagen leidenschaftliche Bekundung dazu hatte immer meine Sympathie. Aber das darf nicht vergessen machen, dass die Volkskammer selbst in der Volkskammer selbst ganz klare Mehrheiten dafür waren. Und das ist natürlich völlig richtig wahr. Uns war das so wichtig, dass wir drohen konnten, wenn das nicht durchkommt, gibt es möglicherweise keinen Einigungsvertrag, obwohl jeder weiß, dass das illusorisch war. Muss man schon mal sagen. Aber Politik hat auch viel an dieser Stelle mit Pokern zu tun. Das muss man eben einfach mal sagen. Und ich weiß noch, wie ich mich geschämt habe, als Helmut Kohl mal bei uns in der Anhörung der Ankick-Kommission war und hat dann plötzlich gesagt, also ich weiß ja, was ich mit den Stasi-Akten tun würde. Ich täte die versenken oder ins Feuer werfen. Und niemand von uns hatte die Stirn gegenüber dem Kanzler zu sagen, Herr Kanzler, das ist ein schwerer Fehler und das hätten Sie mal tun. Also zu sagen, Sie werden den Traditionen der Revolution in der DDR, die zum Schluss zur deutschen Einheit geführt werden, auf diese Art und Weise nicht gerecht. Herr Friedrich Scholl, Entschuldigung, Friedrich Scholl immer wollte ja ebenfalls ein Freudenfeuer im Land der Bücherverbrennung mit diesen Akten anfangen, aber das nur nebenbei. Ich weiß nicht, ob man Versöhnung verordnen kann oder ob Versöhnung das richtige Wort ist. Vielleicht ist Respekt und Achtung für jemanden, der sich seiner Verantwortung gestellt hat, das Entscheidende. Ich habe das gegenüber Günter Schabowski zum Beispiel empfunden. In den eigenen Reihen wird er eher als Verräter betrachtet. Ich fand das unglaublich wichtig, was er geleistet hat zur Aufklärung. Er ist in sich gegangen, er hat Verantwortung übernommen, er hat die Sache analysiert, wie auch immer man sich dazu stellen mag. Also bei solchen Menschen fällt es mir leicht, den nötigen Respekt aufzubringen, weil es ist, glaube ich, nicht einfach, sich der Inventur seiner inneren Widersprüche und Illusionen zu stellen. Mit der Verfassung, ich will das jetzt nicht ausweiten, der Gedanke zur deutschen Einheit ist erst nach dem 9. November, nach dem Mauerdurchbruch gekommen. Also man kann die Mauer nicht wegreißen und das Echo ignorieren. Sie hat dann alle Gruppierungen und politischen Strömungen erfasst, wie könnte die deutsche Einheit aussehen. Und ich erinnere daran, anfangs im November 10-Punkte-Plan von Helmut Kohl, es gab nur Vorstellungen für eine Konföderation. Das Ganze hat sich dann im Eiltempo entwickelt und wir haben im neuen Forum, ich weiß noch, im Januar haben wir uns offiziell gegründet, gab es einen Änderungsantrag von Jochen Gauck, der praktisch uns als Ziel die deutsche Einheit ins neue Forum geschrieben hat, egal wie die dann im Einzelnen hätte kommen sollen. Ich glaube, der Artikel 146 ist wichtig, nach wie vor. Ich habe den Verfassungsentwurf vom runden Tisch immer als Vermächtnis dieser friedlichen Revolution verstanden. Wir hatten damals nie den Anspruch, dass der vollkommen übernommen wird. Wir haben gesagt, vielleicht 5% davon. 5% unserer Erfahrung aus einem diktatorischen System, wenn das ins Grundgesetz mit einfließen könnte, weil ja dort stand, der Stefan hat es erwähnt, das Grundgesetz als Provisorium ist für diejenigen mitgemacht worden, die damals nicht die Chance hatten, daran mitzuarbeiten. Deswegen die offene Stelle im 146, dass das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung sich eine Verfassung gibt. Das ist nach wie vor nicht erfüllt. Und ich glaube, es hätte gerade heute, wo die gesellschaftlichen Bindungskräfte schwinden, eine hohe Identifikation, dass die Ostdeutschen begriffen hätten, sie bringen nicht nur verschlissene Betriebe und einen Keller voller Stasi-Akten mit in die deutsche Einheit, viel mehr war ja dann nicht aus dieser heruntergekommenen maroden DDR mit in die deutsche Einheit zu bringen, sondern es gibt ideelle Werte, beispielsweise, dass sie die Demokratie selbst errungen haben, nicht von den Alliierten geschenkt, sondern dass man selber dieses Parlament gestürmt hat. Im Grunde genommen die erste parlamentarische Demokratie aus eigener Kraft, ohne die Assistenten der Alliierten. Und wie schwierig die Aufarbeitung ist, Herr Professor Sabro hat mir Ihre generöse Bemerkung zum 8. Mai deutlich gemacht, wo Sie meinten, das sei doch nur eine nachholende Erklärung gewesen, der Volkstremmer. Ich glaube, da sitzen Sie einer bundesdeutschen faulen Kompromiss auf. Bei Ihnen ist offensichtlich diese Weizsäcker-Rede zum 8. Mai der große Konsens. Also das war ein Tag der Befreiung. Wenn ich diese Rede lese, dann muss ich sagen, das ist nur ein Aspekt. Es war ein Tag der Befreiung. Für einige Leute war es ein Tag der Befreiung. Für Herrn Weizsäcker und seine Familie war es ein Tag der bitteren Niederlage. Und für viele war es eine zum Teil selbstverschuldete Katastrophe. Aber es war vor allen Dingen auch ein Tag, wo eine neue Diktatur begann für einen anderen Teil des deutschen Volkes. Also wie widersprüchlich so ein Tag sein kann. Ja, aber das ist in der bundesdeutschen Wahrnehmung bis heute nicht im Bewusstsein. In dieser Rede ist es nicht zu finden. Vielleicht an Ihrem Lehrstuhl, das mag ja sein. Aber naja, ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ich werde es überprüfen. Aber in der Weizsäcker-Rede ist es nicht drin. Also die Erwähnung, dass der 8. Mai der Beginn einer neuen Diktatur im Osten war, das ist in dieser Rede nicht zu finden. Und insofern haben wir da offensichtlich, was die Aufarbeitung anbelangt, schon einiges nachzuholen. Also zum einen, glaube ich, zeigt die Debatte, dass es noch viel Stoff für Historikerinnen und Historiker gibt, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen, aber mit dem gesamten Umfeld. Und deswegen, es geht nicht nur um Stasi-Akten, sondern es geht tatsächlich um deutlich mehr, um die Erfahrung, die dort gesammelt worden ist, ist es tatsächlich zu diesem Umsturz gekommen und so weiter und so weiter. Was die eigene Verantwortung anbetritt, Stefan, das stimme ich dir vollkommen zu. Das ist das eine. Das hat jeder und jeder zu leisten. Und da muss ich wirklich sagen, da hat Hans Modrow seinen Beitrag auch geleistet, auch in der Partei, der ich nicht nur nahe stehe, sondern der ich bis heute angehöre. Da hat Hans Modrow sich eingebracht von Anfang an. Ich erinnere nur an die Antistalinismus-Debatte in der SED, damals noch den Beschluss, der natürlich Beschluss war, dann umgesetzt werden musste und viele, viele Hürden nehmen musste. Nicht jeder hat ihn so ernst genommen wie möglicherweise Hans Modrow und andere. Das will ich zumindest sagen, das macht er bis heute. Zum Thema Treuhand kommt leider danach, was ich sehr bedauere, weil ich muss dann weg. So einfach ist es nicht und Gott sei Dank werden demnächst die Akten offen sein für die Treuhand. Und ich glaube, da wird einiges auch zutage treten, was nicht so ohne weiteres, sagen wir mal, marode DDR-Wirtschaft und nur das gab es, sondern es gab sehr wohl auch Interessen von bundesdeutschen, westdeutschen Unternehmen, die sozusagen Marktbereinigung wollten. Wir selber hatten im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zum Thema Treuhand. Der zweite Untersuchungsausschuss ist unter anderem zu dem Ergebnis gekommen, dass mindestens 10 Milliarden an kriminellen, also 10 Milliarden Mark an kriminellen Machenschaften nachzuweisen ist, zu einem Zeitpunkt, als die Akten noch gar nicht offen waren. Also das wird noch spannend werden. Ich kann hier mal einen kleinen Werbeblock machen. Die Rosa-Luxenburg-Stiftung hat unter anderem eine Treuhand-Ausstellung jetzt zu laufen, in der auch viele Zeitzeugen gehört werden. Und ich stelle zum Beispiel fest, dass es hier ein großes Interesse gibt, genau über diese Zeit zu reden, über sich selbst, über seine eigenen Erfahrungen damit. Also ist sehenswert. Thema Vereinigungsvertrag. Naja, nicht so wichtig, Herr Professor Krause. Also immerhin, Rückgabe vor Entschädigung war im Einigungsvertrag drin. Was das für neue Ungerechtigkeiten geschaffen haben, ich glaube, das wissen Sie auch. Und das wirkt bis heute nach. Oder 218, richtig, das ist damals zumindest geregelt worden, dass ein Auftrag an den neuen Bundestag, ja, aber wie in anderen Fragen auch, wie zum Beispiel bei der Verfassungsdebatte, gab es in diesem neuen Bundestag andere Mehrheiten, die dann verhindert haben, dass die Strafbewährung, ja, es gab eine de facto Fristenlösung, ja, aber die Frage ist, was ist denn geblieben? Was ist denn das, was wir in der Volkskammer uns erarbeitet haben, das, was wir zum Beispiel an Gesetzen, und Hans-Joachim Hacker kann sich gut erinnern, wir haben einen Haufen Gesetze in dieser Volkskammer gemacht, ein neues Arbeitsgesetzbuch, Entschlack von ideologischem Müll und so weiter und so fort, all das Strafgesetzbuch, also all das haben wir sozusagen erarbeitet, von dem ist herzlich wenig in dem Einigungsvertrag tatsächlich wieder aufgekommen, und dann gab es andere Mehrheiten, und den 218, sozusagen mit der Strafbewährung, haben wir bis heute, ich erinnere nur an die Auseinandersetzung um den 219a, um die Frage, sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbruch, gibt es bis heute in diesem bundesdeutschen Recht, so, da ist es uns nicht gelungen, und das wird uns im Übrigen, ich glaube, Frau Professor, Sie wissen das, also von Frauen aus dem Westen noch immer wieder angekreidet, dass wir darum nicht genug gekämpft haben, ja, es sind viele Aufgaben, glaube ich, noch zu leisten, also Schabowski, naja, vom sicheren Hafen in Bayern aus lässt sich gut richten und lässt sich gut Verantwortung übernehmen, er hat nicht wirklich Verantwortung übernommen, tut mir leid, er stellt sich heute dar als derjenige, der also sozusagen die Mauer geöffnet hat, das war er nicht, beim besten Willen war er das nicht, also diese unselige Geschichte, und ich finde, das sollte man auch nicht weiter, noch nicht weiter betreiben, ich glaube, Schalke, ja, und, ja, der war aber, glaube ich, auch gemeint in dem Falle, aber auch Schabowski, also, das war Schalke, genau, aber auch Schabowski, okay, also reden wir mal darüber, wie tatsächlich sozusagen damit heute mit der eigenen Verantwortung umgegangen wird, da glaube ich, lässt sich, muss man viele Abstriche machen, bei denen, die sich heute hinstellen, und ich sage mal, heute so tun, als ob sie schon immer im Widerstand gewesen wären, ich glaube, wir sollten ehrlicher miteinander umgehen, und, und ich, dafür plädiere ich noch einmal, ich plädiere noch einmal dafür, dass wir diese Versöhnung brauchen, dass wir dieses Aufeinanderzugehen brauchen, weil nur dann tatsächlich Einheit wirklich sozusagen hergestellt werden kann, und wir dann auch miteinander diese Gesellschaft gestalten wollen, dafür plädiere ich nach wie vor, danke. Aber vielleicht, Frau Enchelmann ist tatsächlich, das hat Herr Schulz auch schon gesagt, Versöhnung, ja, ich dachte, es ist das Mikro, aber gut, Versöhnung ist vielleicht ein Anspruch, der einer Gesellschaft, für eine Gesellschaft zu hoch ist, das bezieht sich ja vielleicht dann doch eher auf Gemeinschaften, und wir haben mit Herrn Hilsberg ja einen Begriff der Aufarbeitung kennengelernt, sehr eindringlich, der sich an sich selbst richtet, das ist mehr, und das ist vielleicht auch weniger, in Bezug auf die Gesamtgesellschaft, aber mehr für einen selbst, ansonsten müsste ich, denke ich, müssten wir erstmal verschiedene Aufklärungsbegriffe unterscheiden, also Aufklärung ist ja nicht das, was der Bundesnachrichtendienst darunter versteht, sondern Aufklärung ist eigentlich eine große Bewegung des 18. Jahrhunderts, die versucht, die Emanzipation vom Glauben, von der Kirche, von der Herrschaft durchzusetzen, und das ist noch etwas mehr eigentlich, als wir mit dem Begriff der Aufklärung meinen, und als Historiker sind wir natürlich sehr der Meinung, dass es am Ende darauf ankommt, zu erklären, nicht nur sich selbst gegenüber verantwortungsvoll zu sein, das auch, aber am Ende zu erklären, und ich habe jetzt gar keine Erklärung mehr abzugeben, sondern Sie haben das Wort. Dankeschön. Ich bin erstaunt, dass wir hier heute Abend in der Stimmung eine Widerspiegelung finden, die wir sehr oft angetroffen haben. Ich bewerte das durchaus positiv, denn keiner von uns, so unterschiedlich die Meinungen auch waren, ist rausgelaufen oder hat einen Stuhl geworfen. Wir haben auch Gott sei Dank die Relation zwischen Männlein und Weiblein gehalten, wie sich das gehört. Meine Damen und Herren, ich neige dazu festzustellen, dass wir zu viel pauschalisieren. Es wurde aufgerufen, gebt euch die Hand, gevertragt euch endlich, ansonsten geht es nicht auf. Das ist unser Problem schon seit Anfang an und wir haben es während der Wiedervereinigung gehalten. Wo ich ein Problem sehe, ist, dass wir durch die Bauschalisierung jene, die sich strafbar gemacht haben und Verbrechen begangen haben, decken, und jene, die daran nicht beteiligt waren, sondern gelebt haben, so wie wir heute in Deutschland oder so wie in der DDR, dass wir dort im Bausch und Bogen mit hineingeschlagen werden. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel, damit das leichter zu verstehen ist. Ich bin 1940 geboren, ich bekenne mich schuldig für fünf Jahre seit zweiter Weltkrieg. Ich hoffe, ich hoffe, dass Sie sich erinnern an den Paragraphen unseres Grundgesetzes, was da drin steht, bezüglich der Vergangenheit, wo ich schuldig bin. Wir dürfen den gleichen Fehler hier nicht wieder machen. Wir müssen uns miteinander vertragen und wir dürfen nicht im Bausch und Bogen gerade das Thema Stasi auseinanderziehen, ohne dass es kontrolliert behandelt werden kann. Ich habe auf einer der letzten Volkskammer-Sitzungen zu dieser Frage Stasi zu meiner Person Stellung genommen. Ich war der stellvertretende Forschungsdirektor der Universität Rostock. Nirgendwo wird so viel geklaut wie in der Wissenschaft. Die Sicherheitskräfte, die das zu verhindern haben beziehungsweise wieder zurückzuklauen haben, stehen unter Stasi. Und wenn vorhin gesagt wurde, der Herr von Dresden ist schuldig, weil ihm die Stasi untersteht, ja, das ist ein bestimmter Teil. Heute haben wir 25 oder 30 verschiedene Sicherheitskräfte, die aufgeteilt sind. Zu unserer Zeit war das alles unter einem Namen. Und deshalb spreche ich mich dagegen aus, dass wir zu sehr pauschalisieren. Ich persönlich bilde mir nicht das Recht zu, über das Tun und Lassen meines Vaters und Großvaters zu reagieren. Mein Vater war Arbeiter, Leuna-Werke. Er war im Krieg und ist im Krieg geblieben. Und ich werde jeden aufs Maul hauen, der sagt, das war ein Verbrecher. Bitte erinnern Sie sich daran, wenn wir in Zukunft dieses Thema bearbeiten. Wir dürfen nicht pauschalisieren. Das Thema Stasi wird nämlich an vielen Stellen genutzt, um Verbrechen zu verheimlichen und zu vertuschen. Zu meiner Person wurde nach der Volkskammerzeit auf allen Medien, in allen Zeitungen und im Fernsehen von Stasi gesprochen. Auf meine Frau und auf mich gibt es mehrere Mordanschläge. Bei der ersten Zusammenkunft, die wir hatten, zum zehnjährigen Bestehen, wo die Frau Präsidentin eingeladen hat, als ich zurückkam nach Elmenhorst, das ist das Wahlgebiet von der Frau Kanzlerin, als ich zurückkam, war der Betrieb zerstört. 43 Arbeitsplätze weg. Wer tut sowas? Jene, die das vertuschen wollen, was seit 1972, gehört zwar ins nächste Thema, was 1972 erfolgte, mit der deutschen Anerkennung und mit der Aufhebung des Embargos gegen die DDR, ging das Geschäft los. In 1978 war die Wirtschaft der DDR zu 100% integriert in den europäischen Teil. Dazu wurden 50 Milliarden von ZK bereitgestellt, um verdeckte Unternehmen in der Bundesrepublik und westlichen Europa zu gründen. Ja, vier Fünftel des erarbeiteten Wertes in der DDR gingen durch die Umrechnung 1 zu 5, wenn die Artikel über die Grenze gingen, weg. Das hat uns viel Arbeit gekostet. Und ich möchte, dass es nicht aufgearbeitet wird. Ich möchte, dass wir uns darüber heute nicht erzürnen, sondern das ist Historie. Und damit sollen sich die Historier beschäftigen. Wenn ein Staat, so wie wir, mit viel Fleiß, mit einem Fünftel dessen, was erarbeitet wurde, existiert hat bis zur Wende, dann war es höchste Zeit, dass wir die Wiedervereinigung haben. Denn der Abwärtstrend war zu sehen. Es wurden ja selbst die Pflastersteine auf den Straßen rausgerissen und wurden verscheuert. Ich möchte, ich möchte nicht der Tagesordnung vorgreifen, aber ich möchte meinen Ausdruck, oder ich möchte mit meinen Worten zum Ausdruck bringen, dass wir einen sehr interessanten Abschnitt deutscher Geschichte miterlebt und mitgestaltet haben. Und dass wir bei all den vielen unschönen Dingen, die uns zu Gesicht gekommen sind, das Gute bitteschön sehen. Und dass wir alles tun sollten, dass wir die Politiker, die heute aktiv sind, dazu anregen, solche Hetzkampagnen zu unterlassen, wie wir sie im Moment erleben. Ich habe mir die Rede unseres, ich habe mir die Reden der letzten Tage unserer Politiker angehört, die letzten Monate, seit der Bombardierung von Dresden und, 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 bitte, und das sollen die letzten Worte sein, bitte, nutzen Sie Ihre Möglichkeiten der Beeinflussung, dass mit Feingefühl, das Miteinander durch unsere Politik qualitativ aufgewertet wird. Es ist nicht mehr zu ertragen, dass, die merken gar nicht mehr, wen Sie da beleidigen. Und, dieser Tag hier soll dazu da sein, dass wir ein Stückchen auf unsere Seele gießen und sagen, wir haben dort alle mitgestaltet. Dankeschön. Danke. Eine letzte Wortmeldung ist dort, bitte sehr. Ja. Es ist an. Ja, mein Name ist Brochnow, ich war 27 Jahre damals CDU-DR-Fraktion und als Ingenieur im Rechtsausschuss gelandet, sozusagen. Und ich habe immer noch also sehr, sehr, um das mal von dir aufzugreifen, immer noch als wichtigste Erfahrung dort mitgenommen, in welcher Art und Weise wir uns dort sachlich und fachlich begegnet waren. Leute, die in der Regel keine Juristen waren, so wie ich als Ingenieur und Leute wie der Professor Jens Heuer als gestandener, allerdings auch erzkommunistischer Jura-Professor haben es geschafft, weil nicht selten wurden also Vorlagen gegen ein Uhr nachts noch in den Rechtsausschuss überwiesen, damit es um neun früh weitergehen konnte. Dann haben wir so sechs bis acht Uhr da gesessen, damit wir um neun wieder ins Plenum konnten. Und wir haben es geschafft, nahezu in jedem, bei jeder dieser Aufgaben Konsens, im Konsens da rauszugehen und einen zu bestellen, der als Rechtsausschuss dort im Plenum sprechen konnte. Das ist jetzt tatsächlich was, was ich mir momentan im Bundestag relativ schwer vorstellen kann. Das ist das. Ich wollte nur eine Fußnote bringen, weil wir ja dann das Thema wechseln. Ich habe danach, nach der Wende Rechtswissenschaft studiert, ich habe dann 1995 eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben über BND, Bundesverfassungsschutzgesetz und G10 und laute solche unappetitlichen Geschichten und unter anderem festgestellt, dass nach dem G10 also schon ordentlich auch Briefe geöffnet wurden, schon ordentlich auch Telefonate mitgehört wurden und das eigentlich in höherem Umfang noch als die Stasi dazu technisch überhaupt je in der Lage gewesen wäre. Das muss man schon mal sagen, dieses Geschäft ist ein dreckiges Geschäft, insbesondere auch in Zeiten des Kalten Krieges. Und die Fußnote, die ich bringen wollte, ist die, dass, wir können ja mal raten, Sie werden es wissen, seit wann haben wir denn überhaupt eine Ermächtigung, eine Rechtsgrundlage für den BND, für den MAD und für den Bundesverfassungsschutz. Das ist ein Geheimerlass von Konrad Adenauer von 1957 gewesen und erst sozusagen in Fernwirkung oder auch in irgendeiner diffusen Abstrahlung. All dessen, worüber wir jetzt die letzten zwei Stunden gesprochen haben, hat sich der Bundestag und der Bundesrat im Jahr 1990 dazu entschlossen, im Dezember ein Bundesverfassungsschutzgesetz, ein MAD-Gesetz und ein BND-Gesetz überhaupt zu machen. Bis nach der Vereinigung beider deutscher Staaten sind unsere Kolleginnen und Kollegen Maulwürfe und Schlapphüte in der Bundesrepublik Deutschland ohne ordentliche Ermächtigungsgrundlage unterwegs gewesen. Das war er nicht, aber man hatte es nicht für nötig erachtet, eine Rechtsgrundlage zu schaffen für die Tätigkeit dieser Organe. Und vielleicht hat die Volkskammer auch dazu dann mal beigetragen. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Wortmeldung einschließlich des ersten Zwischenrufs, den wir in diesem Parlament hatten. Weiter geht es nicht, es kommt jetzt die Glocke, aber ich stelle doch fest, was eben Stefan Hilsberg zu mir flüsterte, die letzte Volkskammer Sitzung war gar nicht im Frühherbst 1990 gewesen, die findet ja jetzt gerade statt und sie hat eine ganz bemerkenswerte Eigenschaft, sich schon ordentlich zu zerstreiten und auch fast Fensterreden zu produzieren, aber trotzdem in einem gewissen Konsens, der erstens davon ausgeht, dass man damals eine gute Arbeit gemacht hat, es sind ja alles Parteinehmer der Volkskammer hier, zweitens, dass es gut war, dass das ein Transitionszustand gewesen ist, der aber am Ende nicht gleich in das Reich von Glück und Freiheit geführt hat, wie übrigens auch ein gesamtdeutscher Blick zeigt, sondern neue Problemlagen eröffnet hat, mit denen wir heute zu tun haben und ich glaube, das ist, wenn Politik mit der Historie zusammengehen will, ein sehr wichtiges Ergebnis und wir haben auch schon gehört, dass wir gleich in das nächste Panel zur Treuhand steigen sollten, dazwischen hat aber eine sehr kluge Regie eine Mittagspause angesetzt, die auszurufen, ich jetzt die Ehre habe und danke noch einmal meinen Panelisten hier auf dem Podium und Ihnen allen für das engagierte Gespräch miteinander.